Daniel, was ist 10 plus 10? Boah ey, bist du kein Gamer. Kein Wunder bist du so dumm. Daniel, was ist 1.337 mal 42? 56.154. Wir beschäftigen uns diesen Monat mit dem Hashtag School und ich hab mir gedacht, ich nutze diese Gelegenheit, um ein ganz besonderes Video zu machen. Jeder, der Videospiele spielt und noch zur Schule geht, wird schon mindestens einmal gehört haben, dass Videospiele aggressiv machen oder die Noten darunter leiden, wenn man zu viel zockt. Das kann natürlich sein, wenn man so viel spielt, dass man seine Schulaufgaben vernachlässigt, aber an sich sind Spiele gar nicht schlecht für unser Gehirn. Im Gegenteil, manche Spiele wirken sich sogar positiv auf unser Gehirn aus und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Dass Denkspiele wie Dr. Kawashimas Gehirnjogging gut für unser Gehirn sind, muss ich wohl nicht erwähnen, da diese Spiele extra dafür gemacht wurden, unseren Kopf auf Trab zu halten und dass der Hauptgrund ist, sie zu spielen. Gibt es überhaupt andere Gründe dafür, das zu spielen? Aber auch andere Spiele wirken sich positiv auf unsere Fähigkeiten aus. Laut Forschern des Magazins Current Biology treffen Leute, die regelmäßig Ego-Shooter spielen, schneller wichtige Entscheidungen als Menschen, die nichts mit Gaming am Hut haben oder sogar Strategiespiele spielen. Shooter sind außerdem gut für unsere Reflexe und unsere Orientierung, da man mehrere Ziele gleichzeitig im Blick haben und man sich die Karte einprägen muss. Professor Simone Kuhn vom Max-Planck-Institut in Berlin beschäftigt sich auch damit, wie Spiele sich auf das Gehirn auswirken und ließ mehrere Teilnehmer Super Mario 64 DS spielen. Das Spiel mischt 3D-Gameplay auf dem oberen Bildschirm mit einer 2D-Karte auf dem unteren. Man geht davon aus, dass das Umdenken zwischen den Dimensionen das Gehirnwachstum fördern kann, da nach zwei Monaten regelmäßig im Spielen drei Bereiche des Hirns gewachsen waren. Der präfrontale Kortex, der rechte Hippocampus und das Kleinhirn, alle drei haben mit Navigation und Feinmotorik zu tun. Auch bei älteren Leuten werden Spiele benutzt, um altersbedingten Gehirnschwächen entgegenzuwirken. Professor Adam Geserli von der University of California hat mit seinem Team ein Spiel namens New Eraser entwickelt. Sinn des Spiels ist es, ein Auto zu steuern und nebenher andere Aufgaben abzuschließen. Nach nur 12 Stunden Spielzeit war das Arbeitsgedächtnis der Rentner effizienter und die Aufmerksamkeitsspanne erhöht. Um zu testen, ob das auch mit Spielen funktioniert, die nicht extra für so ein Experiment entwickelt wurden, machte man einen. Weiteren Test. Eine Gruppe von 15 freiwilligen Rentnern spielte auf 5 Wochen verteilt jeweils 15 Stunden Sonic All-Star Racing. Vor und nach diesen 5 Wochen wurde das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitsspanne getestet. Nach der Gaming-Therapie waren die Ergebnisse im Schnitt um 30% besser. In Zukunft können Psychiater vielleicht Videospiele gegen Alzheimer verschreiben. Das wäre übelst nice. Doch Achtung, nicht jedes Spiel ist automatisch gut für euer Gehirn. Es gibt zwar Spiele, bei der ihr nach einer gewissen Zeit immer besser werdet, die sich aber nicht auf eure Fähigkeiten im echten Leben auswirken. Laut einigen Neurobiologen der University of California hängt das mit den Dimensionen des Spiels zusammen. Spieler, die 30 Minuten am Tag 3D-Spiele spielen, schnitten im Gedächtnistest besser ab, als Spieler, die 30 Minuten am Tag 2D-Spiele spielen. Somit sind 30 Minuten Super Mario 3D World am Tag besser für euer Gehirn als 30 Minuten 2D-Puzzles auf dem Smartphone. Die Studie hat aber auch gezeigt, dass die positiven Effekte auf das Gehirn wieder nachlassen, wenn man aufhört, regelmäßig Videospiele zu spielen. Es verhält sich also so ein bisschen wie das Training von Muskeln. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum Spiele dann nicht im Unterricht benutzt werden, wenn die doch so gut für unser Gehirn sind. Das liegt unter anderem am unflexiblen Schulsystem, der technischen Ausstattung einiger Schulen und daran, dass viele Lehrer zu viel um die Ohren haben, um ein Konzept ausarbeiten zu können. Es gibt jedoch auch Lehrer, die das auf die Reihe bekommen und einer davon unterrichtet zufällig auf der Schule, auf der Jonas, David und ich waren. Wir haben ihn gefragt und er hat sich bereit erklärt, das Unterrichtsprinzip in diesem Video zu erklären. Viel Spaß! Hi, ich bin Daniel Jugeleit, ich bin 37, bin seit 6 Jahren Lehrer am Stoffe-Gymnasium in Pfullendorf und ich spiele mit meinen Klassen Classcraft. Das Ganze funktioniert so, ihr müsst euch einfach vorstellen, die Schüler sind keine Schüler mehr, sondern die Schüler sind Krieger, Magier und Priester und werden in Gruppen eingeteilt, die ungefähr 5 bis 6 Teammitglieder stark sind. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass die Schüler sich durch Hausaufgaben machen, durch Mitarbeit, durch gute Klassenarbeiten, durch kurze Tests Erfahrungspunkte hinzuverdienen können und mit diesen Erfahrungspunkten können sie dann unterschiedliche Kräfte kaufen und erlernen. Ihr könnt jetzt beispielsweise sehen, dass das Ganze ziemlich bunt und ziemlich stylisch aufgemacht ist und die Schüler lieben ihre Avatare. Und hier bei den Kriegern könnt ihr jetzt beispielsweise sehen, dass ein Krieger jemanden beschützen kann, wenn jemand Hausaufgaben vergessen hat. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, oh, der hier hat irgendwie die Hausaufgaben vergessen, zu spät zum Unterricht gekommen oder der hat hier sonst irgendwie Blödsinn gemacht, dann kann ich hier draufklicken und dann können sich seine Teammitglieder entscheiden, ihn zu beschützen oder eben auch nicht. Die Heiler dann selber können natürlich, wie man es auch kennt, können eben heilen und die Magier beispielsweise, die haben andere Kräfte wie, die können Mana wiederherstellen. Das sind also die Aktionspunkte, mit denen die Schüler ihre Aktionen hier durchführen können und mit je mehr Erfahrung die Schüler sammeln, desto mehr steigen sie dann auch auf und könnten heftigere, bessere, mächtigere Skills eben kaufen, wie beispielsweise mehr Zeit bei einer Klassenarbeit oder falls jemand auf null Lebenspunkte sinken sollte und eine Strafe bekommen wurde, dann kann man diese Strafe ebenfalls nochmal neu auswürfeln. Das Ganze macht den Schülern unglaublich viel Spaß. Ich habe es jetzt schon mehrfach gehabt, dass sich Schüler um zwei bis drei Noten sowohl schriftlich als auch mündlich verbessert haben. Die Disziplin in der Klasse hat sich verbessert, das Verhalten hat sich gebessert, die Mitarbeit hat sich gebessert, Gruppenarbeiten werden schneller gemacht, besser gemacht im Unterricht, schneller erledigt, effizienter erledigt. In allem echt eine richtig super Sache. Falls ihr auch mehr Spiele in der Schule haben wollt oder mal wieder jemand zu euch sagt, dass Videospiele blöd machen, dann verbreitet doch dieses Video hier. Und in der Videobeschreibung lasse ich euch die Links zu den ganzen Studien, auf die ich mich bezogen habe und den Link zu Classcraft, dem Unterrichtsprinzip, das der Herr Jurgelight anwendet. Bei Interesse könnt ihr da gerne vorbeischauen und euch das genauer anschauen. Hier auf der Seite findet ihr die anderen Videos zum Hashtag School und da unten könnt ihr uns auch noch abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Vergesst nicht das Video zu bewerten, falls es euch gefallen hat und schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.